Warnsignale bei zu viel Kaffee 7 Anzeichen, die du kennen solltest 1. Schlafprobleme Wenn du Schwierigkeiten hast, einzuschlafen oder durchzuschlafen, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass du zu viel Kaffee konsumierst. 2. Zittern zittrige Hände oder Beine können ein Anzeichen für einen zu hohen Koffeinkonsum sein. 3. Herzrasen Ein schneller oder unregelmäßiger Herzschlag kann auf eine übermäßige Koffeinaufnahme hinweisen. 4. Magenprobleme Probleme wie Sodbrennen, Magenkrämpfe oder Durchfall können auftreten, wenn du zu viel Kaffee trinkst. 5. Nervosität und Angstzustände Übermäßiger Kaffeekonsum kann zu erhöhter Nervosität, Angstgefühlen und Unruhe führen. 6. Kopfschmerzen Obwohl Kaffee oft als Behandlung für Kopfschmerzen verwendet wird, kann ein übermäßiger Konsum tatsächlich Kopfschmerzen verursachen. 7. Dehydrierung Koffein wirkt harntreibend und kann zu verstärktem Wasserlassen führen, was wiederum zu Dehydrierung führen kann. Wenn du eines oder mehrere dieser Warnsignale bei dir feststellst, solltest du in Erwägung ziehen, deine Kaffeegewohnheiten zu überdenken und möglicherweise den Konsum zu reduzieren. Es ist wichtig, auf die Signale deines Körpers zu achten und für eine ausgewogene und gesunde Ernährung zu sorgen. 8. Those울 Kaffee akbord zur R足schmerzen 11. Du 2020 12. Kaffee